hallo und willkommen zu star wars battlefront 2 episode 7 wir sind auf wahres angekommen und ja wir spielen jetzt richtig weiter und viel spaß beim zuschauen ich habe ein gutes gedächtnis ergänzen dieser sturm ist unnatürlich ich habe so was noch nie gesehen die bewohner müssen todesangst haben das ist der andere wenn die leute sehen was wir getan haben wird diese art sich durch die garanz verbreiten aber warum evakuieren wir die zivilisten nicht zivilisten sind unsere leute gehen vor das sind unsere leute diese welt gehört zum imperium wir sollten sie beschützen dann wollen wir mal vorgehen wo bereit halten zum abrücken immer von außen eben von außen wie hoch müssen bisher will ich inwiefern ist das relevantes kann wohl lieber sein jello das video ganz schnell laufen aber es geht leider nicht also ich kann nur in dieser geschwindigkeit laufen schaut euch voran hier das ist nicht mega geil aus hier alter 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 Sind wir wirklich wegen einer Person hier? Zivilisten könnten sterben. Außerdem gefährden sie auch unsere Truppler. Sie evakuieren nur auf Befehl. Ihre Furchtlosigkeit bei diesem Strom zeigt wahre Wissen. Aber Gleb verdient eine vorzeitige Evakuierung oder was? Gleb leitet die Schule für künftige imperiale Anführer hier. Sie bildet loyale, fähige Truppler aus. Wie ein. Wie mich. Und jetzt fordert sie ein Gefallen ein. Das Volk von Vardos ist dem Imperium treu. Warum sollten wir es leidend zurücklassen? Das ist alles für das große Ganze, Kommandos. Mir gefällt das alles nicht. Vardos war unsere Heimat, Hals. Das Imperium ist unsere Heimat. Mit Operation Aschen beweisen wir, dass wir seiner Zukunft würdig sind. Sie klingen wie mein Vater. Das liegt daran, dass ich die Befehle des Ammirals befolge. Vergessen Sie die Befehlskette nicht. Ah, jetzt kann ich schneller laufen. Gut. Und dafür, dass man eine Retroskession ist und dann man hier so lange durchrennen kann, nur ist das ein bisschen verkehrt, ne? Bitte fahren Sie raus. Ja, mach Tür auf. Wurde aber auch Zeit. Ein Versio. Wer hat bereit, schieben Sie? Ich weiß, ich bin wichtiger bei den Allgeltrauter gefährden. Ziel erreicht. Bewegung bleibt. Jetzt gibt sie mir auch noch Befehle. Wunderbar. Wo, 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 wo. Zeit! Ja, aber zu mir. Die Achteren bleiben hier. Sie sind unsichtig. Los. Kommander. Wir haben ein Schiff in Landebucht 2. Dort sind Sie in Sicherheit. Gehen Sie los. Los! Oh, was soll das? Nein, nein, nein! Stopp! Das ist nicht unsere Mission. Waffe runter. Schon okay. Wir bringen Sie weg. Los. Nein, nein, nein! Komm mal, wachen Sie! Ich bin Ihr Commander! Waffe runter! Nein, unsere Befehle sind klar. Wir sollen Protektorat-Glepp hier rausholen. Allein! Die Zeiten ändern sich. Sehen Sie sich doch um. Erkennen Sie das Imperium eigentlich überhaupt noch wieder? Bitte tu das nicht. Tu es nicht. Das Imperium muss Zivilisten vor sowas wie Operation Asche schützen. Das ist das neue Imperium. Wenn das das neue Imperium ist, dann will ich nichts davon wissen. Ich befolge die Befehle meines Commanders. Sind das deine Befehle? Sind sie das? Denn in dem Fall ist das Ihr Verrat! Sind das deine Befehle? Ja. Und ich hab meine. Die Waffe runter. Ungehorsam wird ein Untergang sein. Admiral Versio. Commander Versio. Und Agent Miko haben die Mission verraten. Tut mir leid. Habe verstanden. Bringen Sie mir Glepp. Das ist Ihre Mission. Ich werde mich um die Verräter kümmern. Auf der anderen Seite des Platzes ist ein Durchgang. So kommen wir raus. Ich bin bereit, Kommande. Nicht schießen. Wenn Sie uns sehen, gibt's Ärger. Okay, wenn er dieser Türe gesehen, wird gefeuert. Aber müssen wir auch passen hier. Ich bin nicht, ob der sich davon umdreht. Wir sind zu ungeschützt. Wir brauchen mehr Deckung. Ja, so ungeschützt sind hier. Kann ich unterspringen? Vielleicht nicht, ne? Sie sehen uns nicht. Und das sollte auch so bleiben. Wir müssen den Planeten verlassen. Okay, erstes Zwischenziel habe ich schon mal erreicht. Warnung, Spannung. Wir hatten Glück. Los jetzt, in den Durchgang. Ja, in den Durchgang. Zeig mir einen Scan. Wow. Wir müssen zur Corvus und raus aus imperialem Herrschaftsgebiet. Sie haben Ihren Vater gehört. Woher schießen Sie uns ab? Dann müssen wir die Flugabwehrkanonen ausschalten. Oh, das sieht übel aus. Ganz ruhig, Nico. Die Zivilisten auf der Corvus verlassen sich auf uns. Wir haben keinen imperialen Funk. das wird nicht mehr wissen dass wir uns hätte schon mal sein strom stoß gerade es könnte wahrscheinlich sein fließt von uns so ich kann hier aber durchgehen Das war's für heute. Ich hab das gehasst, ich wollte das nicht tun. Wir sind zum Tode verurteilt. Wenn wir nicht aufpassen, sind wir dran. Ja, Kommande. Einmal hacken, bitte. Aber gerne doch. Okay, da rennen 6 Leute rum. Da stehen 2. Die kommen da runtergelaufen. Okay, da kommen auch 2. Wo sind die denn? Die könnten auf dem hochkommen. Alles klar. Ja, ja, alles klar. Da kann man jetzt dann... Ah, okay, die standen gegenüber, alles klar. Ja. Wir können die Flugabwehrsysteme vor uns abschalten. Okay, ich folge. Wir müssen auf jeden Fall über die Straße kommen. Da gehen die her. Ja, das ist... Ich muss hier raus, ich muss hier raus, ich muss hier raus. Ich muss hier raus, ich muss hier raus, ich muss hier raus. Also Algun-gegen-gegen-gegen-gegen-gegen-gegen-gegen-gegen-gegen-gegen-gegen-gegen-gegen-gegen-gegen-gegen-gegen-gegen-gegen-gegen-gegen-gegen-gegen-gegen-gegen-gegen-gegen-gegen-gegen-gegen-gegen-gegen-gegen-gegen-gegen-gegen-gegen-gegen-gegen-gegen-gegen-gegen-gegen-gegen-gegen-gegen-gegen-gegen-gegen-gegen-gegen-gegen-gegen-gegen-gegen-gegen-gegen-gegen-gegen-gegen-gegen-gegen-gegen-gegen-gegen-gegen-gegen-gegen-gegen-gegen-gegen-gegen-gegen Ganz ruhig, dann bemerken sie uns nicht. Verstanden. Auf mein Zeichen. Deaktivieren. Jetzt. Ich glaube, auf mich wird ein hohes Kopfgeld ausgesetzt. Deaktivieren. Eine Menge Truppler hier oben. Kampfläufer bringen Truppler in dieses Gebiet. Deckung halten. Wir stehlen jetzt einen AT-AT. Oh oh. Ich bin ein hohes Kopfschmerzen. Ich bin ein hohes Kopfschmerzen. Was ist das? Ich weiß nicht, was ich bin? Oh 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 Ich kann wirklich nicht fassen, wie weit es der Admiral treibt Er befolgt seine Befehle Hm, wir müssen nochmal hinab schießen Ah Und was dann? Erstmal verlassen wir das Imperial-Fried, dann überlegen wir uns einen Plan Fast Und da Und da Und da Schießt noch mich Das war ein Flug Oh Gott, oh Gott Ah Schon siehst du nix hier Oh, oh oh Oh, oh oh Die Die Hauptzielschüssel. Wenn wir sie zerstören, sind alle Geschütze im Sektor deaktiviert. Ausschalten. Ich bringe uns zur Kormis. Schau! Waffen in diesem Sektor sind deaktiviert. Los zur Kormis. Wir verlassen Mardos. Ich bringe uns möglichst nah hin. Ich glaube, wir haben einen Angefuh. Ja, meine Mutternatzeige. Und wir haben es fast geschafft. Gehen wir weiter. Oh, das war eine Flut. Oh, oh, jetzt darf ich hier. Oh, ein großer. Nein. Ich hab den nicht gesehen. Leider den Großen. Oh, wir sind schon über 20 Minuten. Geschafft. Waffen in diesem Sektor sind deaktiviert. Los zur Corbus. Wir verlassen Adolf. Ich bringe uns möglichst nah hin. AT-AT, von links. Eine Barrikade blockiert unseren Weg. Wie kriegen wir den denn weg? Ah, dort ist der dritte Trimmband. Weiterfeuern. Wir können so selben finden. Das ist der Klein hier. Einfach durch die gute Arbeit, Commander. Das ist aber meine Tür noch, weil du verlandst. Genau. Das ist der Klein noch hier. Wir haben es fast geschafft. Meine Uhr. Oh, wo steht es denn her? Okay, jetzt hab ich hier alle, ähm, volle Munition wieder. Oh, dewoh! Wir sind fast da! Schnellkommander! 葉 stürme! Oh, o-ho-o! das laufende Ja, Kaffin! Stellung halten! Ja, Commander! Ruffler, aufreiten! Ruffler! Schwerer, Schütze gesichtet! Kampfläufer! Oh! Oh! Er ist auch so, ob ich sie aufziehe da hinten! Oh, der muss weg! Oh, was machen wir denn mit? Was machen wir denn? Ne, F! Okay. Woher geht's auf? Hör noch Alten auf Feuer! Ich weiß nicht, ob ich hier anегодnissen habe! Scan die Umgebung! Oh, hier schon weg! Ja, schön! Ach... Oh, hier schon weg! Sehr schön! oder geht auch noch los das war mal die action jetzt hier gerade nice Das war's. Meinen Glückwunsch, Commander Haas. Otarim, Opal, ne. Ein Teil der Kur ist geblieben. Sie hat die Flüchtlinge vor dem anderen beschützt. Wie geht's Ihnen? Geschockt. Verwirrt. Aber in Sicherheit. Sie wollen wissen, wie es weitergeht. Wir müssen die Leute warnen. Wen? Die Rebellen? Sie werfen uns ins Zansport-Gefängnis, bevor wir auch nur ein Wort sagen können. Darum sollten Sie einfach die Kurves nehmen und abhauen. Ich nehme einen Thai-Jäger, setze ein Notsignal ab und warte, bis die Rebellen mich finden. Glauben Sie wirklich, ich lasse Sie hier alleine herumtreiben? Ja. Wir sind der Inferno-Trupp. Sie und ich. Hier ist Aiden Versio, von der Imperialen Convert Corvus. Ich sende ein Notsignal für die Rebellen-Allianz. Wir ergeben uns. Kontaktiert sofort den General. Du hältst es für einen Fall. Lando! Du willst immer, dass ich Risiken eingehe. Was Unverantwortlicheres konnte ich nicht tun. Sehr gut. Hallo. Ich bin General Lando Calrissian. Und Sie müssen diese Überläufer sein, von denen ich gehört habe. General, wir haben Ihren Leuten schon alles gesagt, was wir wissen. Gehen wir ins Stück. Okay. Was war das? Eine schlechte Idee. Erzählen Sie mal. Schwib glaubt, Sie sind imperiale Spione. Und was glauben Sie? Dass Sie Angst haben. Und wir lesen ein. So. Wir machen mal jetzt eine Pause hier. Bis zumal wir machen das Video Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir gehen dann im nächsten Video natürlich weiter mit. Und hier weiter. Und dann. Ja. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Gucken. Tschö tschö. Tschö tschö. Tschö. 痴. Fynn. Vielen Dank.